Wenn die Zahl der unerwünschten Kinder anwächst, entsteht eine hellische Situation, sowohl für die Familie als auch für diejenigen, die die Familientradition zerstören. In solchen verkommenen Familien wird den Vorvätern weder Speise noch Wasser dargebracht. Nach den Regeln und Regulierungen für fruchtbringende Aktivitäten muss man den Vorvätern der Familie in bestimmten Zeitabständen Speisen und Wasser opfern. Diese Opferung wird durchgeführt, indem man Vishnu verehrt. Denn man kann von allen sündhaften Handlungen befreit werden, wenn man die Reste der Nahrung zu sich nimmt, die Vishnu dargebracht wurde. Manchmal leiden die Vorväter unter verschiedenen sündhaften Reaktionen und können daher nicht einmal in einem grobstofflichen Körper eingehen, sondern sind gezwungen, als Geister in feinstofflichen Körpern zu bleiben. Wenn die Nachkommen ihren Vorvätern Überreste der Brassadam Speisen opfern, werden diese von einem Leben als Geist oder einem anderen leidvollen Leben befreit. Es ist eine Familientradition, den Vorvätern durch solche Opferungen zu helfen. Und diejenigen, die nicht im hingebungsvollen Dienst beschäftigt sind, sollten solche Rituale vollziehen. Wer sich jedoch im hingebungsvollen Dienen beschäftigt, braucht solche Handlungen nicht zu verrichten. Denn schon allein durch hingebungsvolles Dienen kann man hunderttausende von Vorvätern von allen Arten des Elends befreien. Im Bhagavatam wird gesagt, jeder der bei den Lotusfüßen Mukundas, dem, der Befreiung gewährt, Zuflucht gesucht und alle Arten von Verpflichtungen aufgegeben hat und diesem Pfad mit aller Ernsthaftigkeit folgt, ist weder den Halbgöttern, noch den Weisen, noch anderen Lebewesen, noch seinen Familienangehörigen, noch der Menschheit, noch den Vorvätern verpflichtet. Bhagavatam 11.5.41 Solche Verpflichtungen werden von allein erfüllt, wenn man im hingebungsvollen Dienen für den höchsten persönlichen Gott beschäftigt ist. Er Wie ihn hat Nein